Liebe Freunde, wir haben heute drei Bibeltexte gehört, die uns etwas über unsere Beziehung zu Christus sagen. Was können wir aus diesen Texten lernen? Erstens, wir zum Christus gehören. Warum? Weil er für jeden von uns gestorben und auferstanden ist. Er ist der Herr über die Lebenden und die Toten und alles gehört ihm. Darum sollen wir alles, was wir tun, für ihn tun. Ob wir leben oder sterben, wir gehören zum Herrn. Was bedeutet das für unser Leben? Es bedeutet, dass wir ihm nachfolgen sollen, indem wir seinen Willen tun und seine Gebote halten. Und eines seiner wichtigsten Gebote ist, dass wir einander lieben und vergeben sollen, wie er uns vergeben hat. Das ist nicht immer leicht, denn wir sind Menschen mit Fehlern und Schwächen. Wir verletzen uns manchmal gegenseitig, bewusst oder unbewusst. Zweitens, dass wir einander vergeben sollen. Denn Christus hat uns vergeben, obwohl wir ihm viel schuldig sind. Er hat uns aus der Macht der Sünde und des Todes befreit. Wie können wir dann unseren Mitmenschen ihre kleinen Fehler vorhalten? Wie können wir ihnen das Herz verschließen, wenn sie um Vergebung bitten? Drittens, dass wir in Frieden miteinander lieben sollen. Denn Christus ist unser Friede. Er hat uns zu einer Gemeinschaft versammelt, die seine Liebe widerspiegelt. Er hat uns gelehrt, einander anzunehmen, wie er uns angenommen hat. Er hat uns gezeigt, wie wir einander dienen können, wie er uns gedient hat. Im Evangelium haben wir gehört, Herr, hab Geduld mit mir, sagte der Knecht zu seinem Herrn. Wenn wir eine neue Woche beginnen und im Stress des Alltags öfter mal die Geduld mit unseren Mitmenschen verlieren, so dürfen wir voll Vertrauen unseren Gott bitten, Herr, hab Geduld mit mir, hilf mir alles Neue zu beginnen, liebe Freunde, das sind die drei Botschaften, die ich euch heute mitgeben möchte. Lasst uns zum Christus gehören, einander vergeben und in Frieden miteinander leben. Das ist der Wille Gottes für uns. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Amen. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Amen.